In mitten der Natur ein Waldweiher, bei dem dann auch irgendwann meine Geschichte spielt vom Bombus der kleinen Hummel. Und ja, der Hund möchte am liebsten baden gehen. Und ich freue mich natürlich, meinen Mittag so verbringen zu dürfen und das Kühle der Bäume zu spüren, die pulsierende Natur, die uns einfach Kraft gibt. Und die Vögel zu hören, wie sie pfeifen und sich die Freude des Hundes, Moment, warte, dem gefällt es. Ja, es ist einfach wirklich toll in der Natur. Und ich wünsche es jedem, dass er das möglichst oft genießen kann und die, die in der Stadt wohnen, auch die Natur finden.